Das liegt in unserer DNA, dass wir immer mehr wollen, immer schneller, immer weiter. Für mich ist der wesentliche Faktor, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben, wo sich die Gerntechnologien exponentiell entwickeln. Und das macht es gerade unberechenbar, vor allem für Großkonzerne. Heute kann ein Individuum, kann ein einzelner Mensch eine Innovation kreieren, die einen Konzern disruptieren kann, zerlegen kann. Wie stellt sich Audi der großen Herausforderung des 21. Jahrhunderts, der Digitalisierung. Mittels Vorsprung durch Technik im Fahrzeug und in der Produktion. Audi lebt eine richtungsweisende Innovationskultur. Der Mitarbeiter ist dabei entscheidender Erfolgsfaktor. Schritt für Schritt erschafft er die Smart Factory, die intelligente, vernetzte Fabrik. Neue, smarte Technologien verbessern Schaffenskraft und Arbeitsqualität. Körperliche, belastende Arbeit übernimmt die Maschine. Die modulare Montage ist eine Antwort auf den wachsenden Individualisierungsgrad. Sie schafft neue Flexibilität und Effizienz bei steigenden Anforderungen. In der Smart Factory fließen die Informationen im Data Lake zusammen. Algorithmen setzen die Daten dort in neue Zusammenhänge und optimieren bis ins kleinste Detail. Die Audi Produktionsstandorte wachsen zusammen. Rundum vernetzt werden Maschinen und Prozesse in der Smart Factory über beliebige Distanzen gesteuert. Smart Factory steht für uns für die vernetzte Fabrik, wobei wir das nicht nur auf Hardware beziehen und Daten, sondern auch dem Mitarbeiter unsere Prozesse. Wir sind ganzheitlich unterwegs, deswegen sagen auch wir nicht Industrie 4.0, sondern bewusst Smart Factory. Smart Factory ist eigentlich die ideale Ergänzung zu der Audi Strategie, weil wir genau in Smart Factory diese drei Themen abgebildet haben. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Urbanisierung.